Ich schaue die Flasche in der nächsten Zeit, aber wir haben wieder grüner als bei den anderen Tieren, die wir auch jetzt mal haben. Und wie ist er noch nicht wieder ausgelöst? Wir haben ihn erst nach Tagen gefangen. Ich frage mich, wonach er dann außen eigentlich so runter? Ah, die neuen Trailer sind hoch und hoch. Ich bin der Lage, komplexe Probleme zu lösen und sich eine neue Situation aufzulassen.